Wenn ich jetzt an der Kuh bin, soll mein Pferd ganz alleine arbeiten, selbstständig. Soll die Kuh sehen? Soll sehen, wie kann ich der Kuh den Weg abschneiden? Ich gehe gleich mit mir, ich habe die Pfeife zu bringen. Das Pferd arbeitet die Kuhland selbstständig. Das Pferd, das wir nicht verhindern. Hier, unterhalb, wieder nachgehen. 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 Okay. Vielen Dank.